Ein Jahr Gerd-Kommer-ETF. In diesem Video erfährst du, wie du mit nur einem einzigen ETF weltweit gestreut in Aktien investieren kannst und damit gleichzeitig oft in den Medien benannte Risiken eines MSCI World ETFs clever reduzieren kannst. Außerdem zeige ich dir, wie du dir jetzt und nur für kurze Zeit drei kostenlose Anteile meines ETFs als Geburtstagsgeschenk sichern kannst. Also bleib dran! Hi, mein Name ist Gerd Kommer. Ich schreibe seit 25 Jahren Ratgeberbücher zum Thema Investieren, insbesondere auch zu ETFs. Neben meiner traditionellen Vermögensverwaltung Gerd Kommer Invest und meiner digitalen Vermögensverwaltung Gerd Kommer Capital habe ich vor einem Jahr zusammen mit dem britischen Versicherungskonzern Legal & General meinen eigenen ETF gelauncht, auf den ich besonders stolz bin. Der L&G Gerd Kommer Multifaktor Equity ETF Warum ein Gerd Kommer ETF? Meine Mission ist es, allen, also auch Anlegern, die nur kleines Geld anlegen können, mein Weltportfolio-Konzept möglichst einfach und bequem zugänglich zu machen. Und genau das tut mein ETF. In ihn kannst du bereits ab rund 10 Euro oder per monatlichem Sparplan sogar schon ab einem Euro investieren. Wie dir der ETF hilft, weltweit im Aktienmarkt zu diversifizieren und dabei Klumpenrisiken zu beseitigen, wie sie sonst oft in gängigen Welt-ETFs kritisiert werden, das zeige ich dir anhand von drei Punkten. Erstens, mein ETF wurde als Ein-ETF-Lösung konzipiert. Das bedeutet, du kannst dir mit einem einzigen ETF die ganze Welt-AG, also den globalen Weltaktienmarkt, in dein Depot holen. Der ETF beinhaltet in regionaler Hinsicht alle relevanten Industrie- und Schwellenländer und in der Dimension Unternehmensgröße nicht nur die ganz großen Börsenschwergewichte, sondern auch kleinere und mittlere Unternehmen, also sogenannte Small Caps und Mid Caps. Du bräuchtest somit für den Aktienteil deines Portfolios keine weiteren Produkte, wenn du mein Weltportfolio umsetzen möchtest. Zweitens, der ETF verfügt als bis heute einziger ETF in Deutschland über eine innovative Ländergewichtung, die neben der Marktkapitalisierung auch die Wirtschaftsleistung eines Landes berücksichtigt. Das führt unter anderem dazu, dass die USA als individuelles Land nicht mit rund 70 Prozent gewichtet werden, wie aktuell im MSCI World, sondern in einer gesünderen Größenordnung von rund 45 Prozent. Die restlichen 55 Prozent verteilen sie auf rund 50 andere nationale Aktienmärkte dieser Welt. Und drittens, der ETF enthält aktuell rund 3.500 Einzeltitel, Tendenz weiter steigend und sorgt mit einem festgelegten Maximalgewicht von einem Prozent pro Unternehmen dafür, Konzentrationsrisiken und Kopflastigkeit smart zu managen. Zum Vergleich, bei einem MSCI World ETF machen die größten zehn Aktien allein fast ein Viertel des gesamten Wertes der rund 1.500 Aktien darin aus. Das Zusammenspiel dieser Strukturmerkmale in unserem ETF, das nennen wir Ultradiversifikation. Ein von uns geprägtes Konzept, das von der Börse Düsseldorf kürzlich sogar einen Preisverliehen bekommen hat. Der Gerd Kommer ETF wurde am 21. Juni 2023 für den Handel an der Börse zugelassen und ist inzwischen über zehn EU-Ländern und der Schweiz registriert. Innerhalb der ersten zwölf Monate ist er auf ein Volumen von über einer Viertelmilliarde Euro gewachsen, was mir zeigt, dass unser Konzept von kleinen und großen Anlegern gut angenommen wird. Dafür bin ich dankbar. Den Einjahreskennzahlen, also Rendite und anderen Performance-Kennziffern, werden wir in Kürze ein eigenes Video widmen. Zum Zeitpunkt des Drehs dieses Videos, kurz vor dem ersten Geburtstag des ETFs, lagen uns die dafür notwendigen Auswertungen für die exakte Zwölfmonatsperiode naturgemäß noch nicht vor. Aber so viel verspreche ich dir schon jetzt. Wir werden mit dem separaten Rendite-Video weiter in die Tiefe bohren, als ein simpler Rendite-Vergleich mit verschiedenen Alternativen es könnte. Wenn du das Rendite-Video nicht verpassen möchtest, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Zum Abschluss habe ich noch ein ganz besonderes Geburtstagsschmankerl für dich. Ich freue mich, dir heute unseren neuen Hausbroker Smart Broker Plus vorzustellen. Mit einem kostenlosen Depot von Smart Broker Plus kannst du ab einem Order-Volumen von 500 Euro gebührenfrei in tausende Wertpapiere inklusive Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und Derivate investieren. Und das Beste daran, meinen ETF kannst du dort nicht nur ganz ohne Mindestvolumen kostenlos handeln und per Sparplan besparen, sondern du erhältst bei einer Depoteröffnung jetzt und nur für kurze Zeit kostenlos drei Anteile des L&G Gerdkomer Multifaktor Equity ETF in dein Depot gelegt. Was du dafür tun musst, geh auf unsere Hausbroker-Seite, die wir in der Videobeschreibung für dich verlinkt haben und klick dort auf Depot eröffnen, um zur Depoteröffnung bei Smart Broker zu gelangen. Das Onboarding dauert keine zehn Minuten und sobald du es abgeschlossen hast, werden dir innerhalb von wenigen Tagen drei Anteile meines ETFs in dein Depot eingebucht. Also probiere es jetzt aus und eröffne ein kostenloses Depot bei unserem Hausbroker Smart Broker Plus, um dir unser Geburtstagsgeschenk in Form von drei Gerdkomer ETF Anteilen zu schnappen. Aber Achtung, das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit, also schlag am besten gleich jetzt zu. So, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn du mich in den Kommentaren wissen lässt, ob du meinen ETF bereits gekauft oder bespart hast und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um auch in Zukunft als Erster von solchen Aktionen zu erfahren. Arrivederci und bis zum nächsten Mal. Dein Gerd Kommer. 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 Dein Gerd Kommer.